Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf RawQuarty. Heute spielen wir Overwatch und mit dabei ist Kai. Hallöchen, Pupöchen. Wir sind hier auf Ilios gelandet. Brunnen heißt die Map. Und wir spielen heute mal den... Okay, ich will eigentlich Soldier nehmen. Oh, dieser Level 12, du. Toll. Level 11, 24, 13, 22, 12. Und jetzt die Gegner. 39, 78, okay. Dann muss ich wohl den Tank spielen. Ja, Winston. Jetzt habe ich wenigstens einen legendären Skin für. Der ist voll nice, oder? Sieht echt cool aus, ja. Hat aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist der Anzug... ...nicht so toll. Egal. Wer bist du? Ich bin Junkred. Ach, Junkred. Und los geht's. So, erstmal hier auf den Punkt drauf. So. Wo sind denn die Gegner? Wie langsam sind die denn? Nicht, dass nur jemand reinfällt. Oh, shit. Das sind ein paar viele. Okay, die haben Reaper, Genji, Rotog. Oh, fuck. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Ja, ich muss weghüpfen. Okay. Oh nein, Reaper. Ich mach den jetzt. Wo ist er? Oh nein, nein, nein. Ich bin in das Loch gefallen. Oh mein Gott. Was für ein Noob. Ist das dein Ernst? Ich bin rückwärts gelaufen. Wie kann man denn da reinfallen? Oh Mann. Okay, du bist Level 11. Dann ist okay. Dann ist okay. Dann darfst du das machen. Das kommt noch. Ja, Rotog. Guck mal hier. Ins Gesicht. Mit der Faust. Des Affen. Oh, hier ist so eine Farrah. Okay, hallo Farrah. Sie dachte, sie würde... Oh, jetzt, jetzt komm ich. Jetzt wird aufgeräumt. Hast du erstmal einen Doppelkill gerissen? Ja, kommt ein Triple hier. Bam. Was war das denn? Es scheint, dass ich kurz die Kontrolle verloren habe. Also momentan läuft es. Ja, Long Talk. Natürlich läuft das. Ich habe sieben Kills. Ich bin bei einer siebener Killstreak. Gleich kommt hier der Orbitalsatellit. Das war ein Killsatellit. Kennst du den noch? Na klar. Das ist ein COD. Wenn der kam, bin ich immer aus dem Spiel gegangen. Der war so übelst unfair. Oh, diese Farrah da oben. Die macht wieder nur Stress. Das sollte eigentlich gleich easy gewonnen sein. Ja, ja. Also die Runde ist schön. Ja, die macht Spaß. Auf jeden Fall. So, wo waren jetzt hier gerade... Ja, ist die weg? Okay. Schau mal, wie die einfach gar nicht hier rankommen. Aber ist schon gewonnen. Oh, gleich den Double Kill nochmal. Ich habe auch voll viele Leute getötet. Nice. Runde 1 beendet. 1 zu 0. Wie, jetzt kommt nochmal eine Killcam. Ach, jetzt kommt nochmal, wie ich gekillt wurde. Alles klar. Okay, dankeschön. Wow. Oh, wir haben zweimal Junkrat. Ich hätte zuerst Junkrat. Ach so. Dann geht das natürlich. Wir spielen auch irgendwie gegen nicht so starke Gegner, ne? Level 8, Level 4. Aber halt auch 78, ne? Eigentlich ist es ja fast ausgeglichen. Obwohl irgendwie auch nicht. Egal. Wir ziehen das jetzt hier durch. Oh, nee. Erstmal gegen das Haus gesprungen. Erstmal auf den Punkt laufen. Ganz wichtig. Schöne Eiswand. Da ist ein Dude im Haus. Ja, den mache ich jetzt gerade. Der hat hier nämlich... Keine Chance. Ich weiß gar nicht, was der hier überhaupt wollte. Oh. Das ist ja gar nicht irgendwer von uns. Was macht denn der Hanzo hier? Hallo. Der kommt ja gar nicht mehr klar. So, nice. Erstmal Punkt eingenommen. Oh, ich bin on fire. Das geht auch schon direkt hoch. Natürlich. Auf dem Dach ist einer. Hier ist diese Eisfrau. Scheiße. Oh, scheiße. Hat der so viel Angst, oder was? Dass er erstmal die Eiswand machen muss. Ist doch lächerlich. Die Hanzo oben auf dem Dach. Ja, eigentlich könntest du den spielen. Der würdest du dir empfassen. Was macht denn der Reinhardt hier? Ja, das Schild, das schützt dich nicht, wenn ich in der drin stehe. Oh mein Gott. Okay, das ist ein Level 14er. Irgendwie ist das gerade auch ein bisschen... Ein bisschen lame. Okay, tschüss. Er springt erstmal einfach in den Abgrund. Vorsicht. Der Drache. Der American Dragon. Oh. Wollte ich mich gerade am Auge kratzen. Und dann greift er mich hier an. So. Erstmal down. Oh, scheiße. Okay. Tracer hinter uns. Okay, die ist weg. Ne, Tracer ist jetzt hier drin. Aber okay, die ist weg. Oh, Doppelkill. So. Okay, da ist halt... Der Hans untertrifft ja echt nichts. Ja, ich würde sagen, ähm... Das war's. Ja, das war eigentlich... Ein nicht so spektakulierer Runde. Aber ich möchte jetzt eigentlich... Nein, nicht ins Visier. Dankeschön. Yes. Gewonnen. Kai. Unser erster Sieg. Seit 10 Spielen oder so. Aber da bin ich. Du warst so richtig fett, dein Skin. Oh ja. Wie jetzt? Als ob. Nice. Warum? Was hast du denn gemacht? Das war ich doch alles. Oh, sorry. Ja, das war ich doch... Ey, das ist doch... Nicht... Nicht dein Ernst. Geil. 20 Element... Für dich werden. 83% Kill Assists. Und du bekommst das Highlight. Äh. Wow. Ja, aber war schon eine schöne Runde. Ja, gegen Level 4 und so. Hat schon Spaß gemacht. Ja, Bronze, Silber, Gold. Alles vorhanden. Soll ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Match. Jo, weiter geht's. Und da sind wir zurück. Tempel des Anubis. Auf der Verteidigerseite. Oh, Verteidiger. So, wir nehmen wir ihn jetzt hier. Okay, keine Tanks. Warum? Guck mal, der ist Level 75 und pickt den gleichen wie ich. Ja, er ist halt... Ist halt ein Idiot. Moment. Verteidigung. Reinhardt. Oder Reinhardt, aber ich weiß gar nicht. Ist der so gut? Ist ja kein Zuford. Dann mach ich den Zuford. Das ist natürlich echt wieder eine super Kombo, die wir hier haben. Also wirklich zweimal Junkrat, einmal Widowmaker. Auf jeden Fall richtig gut. Sieht hier ein bisschen aus wie bei Mos Eisley. Dieser Pisser. Was ist denn mit dem, Alter? Das ringt mich echt auf. Ja, aber... Die fühlt sich wieder ganz toll. Und nachher verkacken sie komplett. So, okay. Gegnerteam hat diesmal, glaube ich... ...etwas mehr Skill. Zumindest von den Rängen etwas höher. Ich kann den jetzt mal boosten. Soll ich dich boosten? Ich weiß ja nicht. Ich vertraue dem Level 75 Junkrat irgendwie ein bisschen mehr. Mal gucken. Vielleicht ist der einfach auch mega scheiße. Der macht ja gar nichts. Die machen beide nichts. Die stehen nur unten in der Bude rum. Ähm. Okay, weiter geht's. Ja, die sind schon auf den Punkt drauf. Ja, nice. Alles klar. Kannst du den mal machen, bitte. Du Idiot. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 HP. Fährst hinter mir her. Ja, toll. Ey. Ist das ein Noob. Ganz ehrlich. Level 49. Und schafft es nicht mal, diesen Typen da zu killen. Jetzt kommt Widowmaker. Und... ...voll daneben. Gut, dass die jetzt schon hier hinten drin sind, Alter. Ja, hab ich doch gesagt. Die sind auf den Punkt. Ja, nice. Ja, wir haben eigentlich ein... Guck dir mal unser Team einfach an. Was ist denn was? Warum hat der Junk-Mit nochmal genommen? Ja, guck mal. Widowmaker steht da oben drauf. Erstmal rauf zu gehen. Oh, die wurden aber schon... Okay, kannst gleich zurückgehen. Kannst gleich zurückgehen. Oh mein Gott. Los, Kai. Und tschüss. Los, Torbjörn. Ja, wir sind ja so low da hinten. Schneller verloren, als angefangen. Als angefangen. Ja, noch haben wir hier... ...die Sache eigentlich gehalten. So, wir brauchen nochmal ein bisschen Heilung hier. Junkrat. Er ist... Oh, Hanso. Was macht der da unten schon wieder? Oh, hinter uns ist, äh... Genji. Haben wir jetzt zwei... Okay, zweimal Torbjörn. Warum auch nicht? Die kommen jetzt von rechts. Die kommen von rechts. Da ist diesen Torbjörn. Schadensboost aktiviert. Ich hoffe... Okay. Oh nein, der kommt genau hierher. Okay, ich lebe wieder. Ja. Ja, okay. Das ist auch. Ich glaube, ich will das aber trotzdem. Oder auch nicht. Ey, wir sind gar nicht... Wir sind gar nicht so schlecht gerade. Vorsicht, äh... Ulti von... Ja, okay. Von McRee, wollte ich sagen. Ich will nichts sagen, ne, aber... Noch geht es. Noch nichts verloren. Jetzt haben wir auch mal wenigstens einen Tank hier vorne stehen. Vorsicht, da musst du weggehen. Da musst du rausgehen. Sehr gut. Deine Tank hier ein bisschen heilen. Warum rennt er jetzt da so blöd drauf? Er ist der Tank. Der muss doch mal wenigstens hier bei den Leuten stehen bleiben. Oh, oh man. Er muss schon hier auf dem Punkt stehen bleiben, Kai, ne? Ja. Wir wollen ja nicht hier. Okay, Genji kam wieder von hinten. Aber immerhin, fünf Minuten haben wir schon mal. Nur noch auf der Uhr. Ui, 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 ui. Okay. Mei macht ihre Ulti. Nice. Gute Idee, Junk. Wer direkt vor dem Gegner erstmal die Ulti machen. Boah, also manche Leute sind echt, also, fragt man sich, wie die so ein hohes Level kommen sind. Perfekt. Es läuft doch. Vorsicht, Ulti. Auf den Punkt. Wo ist er hin? Die Stunde hat geschlagen. Holy shit. Wir machen hier so viel Schaden. Hinter uns ist ein Reinhard, der macht gerade das Geschütz kaputt. Ich pepe dich wieder. Also, es ist noch alles offen. Mehr oder weniger. Bis jetzt schon. Vorsicht, wieder Ulti. Oh mein Gott. Ja. Wenn Ulti ist, dann lau ich da nicht durch, Junge. Hier kommt wieder irgendwas von der Seite. Reinhard von unten. Okay. Kai räumt auf. Alles klar. Los Kai. Wo bist du hin? Ja, ich stehe. Kannst du mich kurz hier? Oh, der. Ja, natürlich. Der McQueen, der stimmt immer viel zu schnell. Dann musst du raus. Das ist die Ulti. Weg, 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 weg. Ich hab kurz die eine geholt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh das war so klar. Der blöde Genji wieder. Ist ja wenigstens, okay, er ist down, nice. Du kannst dich heilen gehen in der Basis. Ja, dir geht's nicht so gut, Mann. Er ist wieder unterwegs. GG. Boah. Richtig knappe Runde. Hey, der Junkwet schon wieder. Der macht die Ulti nur dann, wenn jemand direkt davor steht. Das ist nicht normal. Oh shit, oh shit, da kann ich nicht hingehen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein, der kommt hier durch. Oh mein Gott. Wir müssen rauf, irgendwo muss raufgehen. Du musst rauf, du musst rauf. Hauptsache verteidigen. Die haben noch ein Drittel, was sie machen müssen. In zwei Minuten. Oh, schaffen wir das noch? Oh mein Gott. Das ist zumindest ein spannendes Spiel diesmal. Wir hätten schon dreimal fast verloren. Spring doch nicht weg, wer dich heilen will. Ja, da oben war einer. Der Sniper-Dude, den hab ich kurz geholt. Der Sniper-Dude? Okay, dann ist gut. Aber dann kam Genji. Ja, der kommt wieder. Ich trau mich eigentlich gar nicht raus, weil irgendwie wird man überall im Angriff. Nice. Okay, für einen mach ich nicht die Ulti. Boah, eine Minute noch. Das lohnt sich nicht. Eine Minute. Boah, wir können's vielleicht noch schaffen. Äh, das ist grad richtig cool. Also, es macht richtig Spaß. Okay, weg vom Punkt, weg vom Punkt. Da kommen die Drachen. Oh mein Gott. Jawohl. Wenn ich einen Schaden bekomme. Boah, Genji wieder. Ja, Genji ist down. Genji ist, äh, Geschichte. Nice. Dieser Dreckspanzer. Was geht hier hinten ab? Okay, alles klar. 30 Sekunden noch. Oh mein Gott. Wer ist da vorne? Torbjörn. Mach keinen Scheiß. Hab einen geholt. Okay. Nice. Oh, jetzt kommt der Lucio. Oh, 10 Sekunden. 10 Sekunden. Hast du das gewonnen? Nein, das ist noch nicht gewonnen. Die kommen gleich alle hierher. Pass auf. Oder auch nicht, oder? Ja, sie haben's nicht mehr geschafft. Yes. Oh mein Gott. Jawohl. 7 Minuten den Spot noch gehalten. Nice. Uiuiuiuiui. Highlight ist spiel. Oh, der ist doch kein Highlight. Oh Mann, ich hab drei Leute wiederbelebt. Drei Leute. Und was macht er? Achso. Uiuiui. Ja, war klar. Hier und dann kommt's. Die Wiederbelebung. Wohnt mal für mich. 38. 38% Steam-Schadens geheilt. Nice. Verdient, oder? Ich glaube auch. So. Damit war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Jawohl. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.